Hört zu, wir gehen da rein. Und zwar leise. Überraschen den Typen. Hört ihr mir zu? Sie nehmen uns über, holen uns mein Geld zurück und sind in zwei Sekunden wieder draußen. Halt mal an! Halt mal an! Scheiße! Scheiße! Johnny! So viel schießen! Scheiße! Die Hand auf der Bisse! Drecksack! Scheiße, ich hab Hayden erwischt! Es kommt schon, Hayden. Ab mit nicht. Du hast Hayden erschossen. Es tut mir leid. Was ist los? Wo ist Johnny? Was ist passiert? Wo ist Hayden? Hey Mann, wo ist Johnny? Hey, was? Wo ist Johnny? Hört ihr uns überhaupt zu? Wo ist Johnny? Johnny hat Hayden erschossen. Sie sind tot.